2 Jetzt haben wir Petkov Gute Möglichkeit zum Konter für Petkov Gasselig, ganz alleine, große Chance für Gasselig 20 Flange und Petkov Tor, 1 zu 0 für die Austria In der 22. Minute 1 zu 0 für die Austria Ein Konter von Petkov, Gasselig an die Stange Und dann hat Petkov den Ball ins Tor untergebracht Wir sehen das hier noch einmal, Petkov für Gasselig Gasselig ganz frei Vetter Michailov kommt noch an den Ball Der Ball breit an die Stange, dann Petkov Und 1 zu 0 für die Austria in der 22. Minute Jetzt Wieder Klus Und hier ist 1,7 Meter Er ist so ein Ausblick später Nein, das kann man so 4,7 Meter 1,8 Meter Ja, das war in der 36. Minute Ich denke, keine Entscheidung, die sicherlich durchsetzt Aber Schiedwichter Eurigto bleibt dabei Und später für Dynamo 4 In der 36. Minute Wir sehen, die Stange gegen den Baldschild Goddard ist nicht gescheitert der Stange die Stange gegen die Stange gegen die Stange gegen den Transport Mit der Schiedwichter Eurigto bleibt dabei Das ist hier doch noch mal, dass die... ...dass trocken... ...dass ja... ...dass ja... ...dass ja...